In Deutschland freuen sich drauf, ob ihr die nächste Gruppe letztes Gelegenheit zu üben, denn auch bei denen geht's wohl los. Nächste Woche beginnt's in England und dann sind sie bei uns drei Wochen auf Tour. Die Fans freuen sich, haben wir hier schon mal vorab das Allerneuste von Deeper Schmutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017